GFKM Strecke Hagel Lütjenkamp. Neue Betonschwellen sind nötig. Hier wurden extra Formen gebaut, weil es Preußisch 6 ist. Heute ist der zweite Samstag für die Verlegung und dank guter Vorbereitung. Sieht ja schon ganz schön gut aus. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Werkstattwagen ist alles dabei. 2 3 4 5 5 6 6 7 7 7 8 8 10 10 11 12 11 11 12 11 12 15 15 15 15 16 16 15 Der letzte Abschnitt ist in Angriff genommen. Dank Bagger und Stapler geht es leicht vor der Hand. Die Platten wurden extra angefertigt, für Preussich 6 mit 100er Fuß. Der Entbahnhof, Lötchenkampf, zur Zeit noch. Aber hier sieht man schon die nächste Angriffssache. Die Baugenehmigung ist seit zwei Monaten da für die Verlängerung. Unsere Kantine mit neuer Schiebetür. Die Kante ist auch größer geworden. Die Kante ist auch größer geworden. Und hier wartet auch noch etwas Arbeit. Hier kommt er nun, der Moa Express. Die Kante ist auch größer geworden. 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 Die Kante ist auch größer geworden.